Hallo! Willkommen beim Thema Hobby. Tja, ihr seht schon, Katharina hat ein Hobby. Stimmt, ich sammle Pferde. Hast du schon viele? Na klar, ich sammle ja schon seit zehn Jahren. So lange schon? Echt? Und du? Hast du kein Hobby, Alex? Nö. Warum denn? Hast du keine Lust? Doch, du hast keine Zeit. Doch, Zeit habe ich auch. Na also, welche Hobbys gefallen dir denn? Das ist ja mein Problem. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also komm, es gibt so viele schöne Hobbys. Zum Beispiel... Einradfahren. Reiten. Lesen. Schlagzeug spielen. Schlagzeug spielen? Hey, das finde ich cool. Na siehst du, Schlagzeug finde ich auch ein tolles Hobby. Ich bin nämlich super musikalisch und total rhythmisch bin ich auch. Na, du kannst es ja mal versuchen. Versuchen? Hm, aber wo? Ganz einfach, in meiner Schlagzeugschule. Heute Nachmittag um fünf habe ich Unterricht. Komm doch einfach auch hin. Hier, das ist die Adresse. Danke. Drama's Focus. Du Alex, das ist ja ganz in der Nähe. Zeig mal. Hohenzollernstraße 61 A. Du, da geh ich hin. Mach das. 61 A. Hier ist es. Pass mal kurz auf. Pass mal kurz auf. Herein. Herein. Hallo. Hallo. Wer ist denn das? Das ist Alex. Alex möchte vielleicht Schlagzeug lernen. Darf ich es mal versuchen? Na klar. Mach das mal. Das ist ja ganz einfach. So hält man die Sticks. Siehst du? Ach, so. Na ja. Und die anderen Trommeln? Zuerst mal lernst du nur auf der Snaredrum. Nur auf der Snare. Und wie lange dauert das ungefähr? Vielleicht drei Monate oder so. Was? Drei Monate? Boah, Leute. Es tut mir echt leid, aber mir dauert das zu lang. So. Fertig. Das ist meine Pferdchensammlung. Gefällt sie euch? Boah, sind das viele. Hey, Alex. Also, ich finde sie wirklich toll, diese Sammlung. Vielen Dank. Und? Was und? Und dein neues Hobby? Wie ist das denn? Macht es Spaß? Ja. Na super. Und wann gehst du wieder hin? Wohin? Na, zum Schlagzeugunterricht. Ach, weißt du, Kata, Schlagzeug ist ein ziemlich schweres Instrument. Aha. Und ich denke, ich mache als Hobby lieber was leichteres. Oh, das klingt, ja, ganz interessant, oder? Aber jetzt machen wir Schluss. Also, tschüss. 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 Vielen Dank.